Ach so, es ist gar keine Ansage. Bei mir gehts Programm nicht zu storten. Ja, hi Leute! Ja, Tag TTT und so. Weil ich soll jetzt keine andere Ansage machen. Was war das denn für eine Ansage? Also rumheulen, wie so klingen Mädchen erst, na? What the fuck? Hey, hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Nein! Ich warte auf Andi, hier! Ich hab Andi schon überholfen, Andi, hier neben dir! Was denn? Warte! Alter, da trifft der mich auch. Warte weg, vielleicht hat er Wert von mir gekauft. Werde vielleicht aber. Ich bin eh fast zurück, ich guck rein. Aber Eno, schade. Hä, zwar hast du eine Runde, irgendwo ist ein Bug hier. Ja, irgendein Bug. Ich hab ihn auf jeden Fall auch angeboxt gehabt. Wer ist denn reingekommen? Äh, Team Kling. Äh, Nico! Ah, Nico! Boah, Alter, wie das hier stinkt, ey, Creebils! Was hast du da und trotzdem gekauft? Alter, was hast du geessen? Ich hab Wanvas Pizza nicht vertragen. Ich glaube, Andi würdest es nicht freuen, wenn Johanny Wanva wiederbelebt, oder? Hm, hoffen, so. Das selbe Spiel hatten wir schon mal, Disco. Wo ist der denn? Komm, als, warte, ich komm, ladete. Ich bin Ready, Like. Jaa. governments dürfen weg. User disconnectedaktiv von. Bööö. Hey! Hey! Hey, hey, hey. Hey, 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 stay, stay. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Hey, man ich hab ihn nicht! Hey, 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 hey! Hey, hey, hey. Geflogen? Wo kam das jetzt? What the fuck? Bananen, Bananen Was? Alter, ich werde dir... Boah, ich bin fast tot, ey! Cremers, du Ratte! Ja, Andyloch! Ich war irgendwie... Nicht wirklich! Nicht wirklich, sonst wär ich ja nah Aber Deadwinger geht wieder, oder was? Der mir jetzt zeigt, hat ich es klopft, ja Nee, aber... Der geht wieder, weil du bist bei mir aus dem Deadwinger aufgetaucht, als ich dich angeschossen hab Ich hab das Deadwinger-Geräusch gehört Ja gut, aber heißt es, ob dir das... Ja, dann unsichtbar war Ja, ich hab ihn im Headshot gekriegt, deswegen Achso... Deswegen ist der Deadwinger nicht aktiviert Achso, deswegen... Boah, wir müssen jetzt gerade das Auto durch den Baum fahren Wenn irgendwo erscheint, geht er hundertprozentig Das war Flitzekacke Junge, das hast du genau gehört Das war Flitzekacke, der hat gepost, ne? Wer ist Flitzekacke? Das ist kein Wehr, das ist ein Was Achso Warte mal, dass du das nicht kennst Bei deinen Kochkünsten wundert mich ein bisschen Ja nee, wenn man den ganzen Tag nudeln isst Dann ist das eher so ein fester Darm Verstehste? Aua, ich werd hier angeschau- Nee, 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 okay Wer war das? Schrechste, kaufst du einen Deadwinger? Deadwinger Und hier ist der Detective in der Nähe Und noch ein... Indocent oder Trader Ja, der macht es gleich Einfach kaufen Zähl kaufen Hallo, hallo, hallo Hoppala Na da, na da Ich kann auch die Degel rausnehmen What the hell Nein, das ist eigentlich... Jo, mach das Oh, mhm, mhm Oh Sna- Oh, leck Ah, Teleportgun! Teleportgun, oder? Oh man, ich würd grad Sna-y nach draußen folgen Ich werd sie auch vertesten Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Was ist das denn für ne Explosion gewesen? Hallo, Akbar Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so drücken Alter, wenige Scheiße Krivis? Krivis? Ja? Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so drücken Ich will aber Du, irgendwann wird das mal... Das wird mal deinen Daumen verschleißen Das sag ich dir Hum oder Andi Ach scheiße, ist wirklich gut noch? Gumm oder Andi Loll! Andi, schieß einfach auf mich! Ja, du... Komisch, ne? Idiot! Alter, Junge Wer pisst dich? Er trifft einfach überhaupt nicht Der ist ein bisschen schlechter Ja, wo bist du denn, Gumm? Kann das sein? Ja, ich bin hier beim Casino Ach, was? Komm, wer dehbt mich? Ich lieg draußen Gf? Ist ein großes Error Mit der ist das Entschuldig In Drei 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 Was ist denn? Das konnte man echt nicht sehen, wie Grizz da hochkamen, das war im Durchbringchen. Ich hab das überhaupt nicht gecheckt, dieses komische Teil. Ja, wie die IJ, äh, I-Bomb. Ja, aber das hat halt überhaupt nichts gemacht. Ja, doch. Nein. Das dauert etwas, bis du nicht hochjagern kannst. Das hat schon gefunkt, aber ich hab dich vorher umgebracht. Das dauert seine Zeit. Du warst zu schnell tot. Ja, so, scheiße. Ja, ich hab noch zwei, drei Sekunden damit. Du willst eigentlich die Mell-Launcher kommen, aber lassen wir da aus, ne? Ich hab Snail gerufen, weil ich Snail gesehen hab und ich dachte, der andere wär's. Dann war. Ja. Ich wusste, dass da noch jemand drittes war. Äh, der Mell-Launcher ist da. Zum Glück weggegangen. Der Launcher. Die, die ganz nicht. Hä? Ja, aber der Launcher. Ich hab den nicht gefunden. Dann hat sich Johanni da noch eingespielt. Der müsste da sein. Ganz lustig. Ohohoho. Ja, vor allem, dass er alles gut macht und ich gleich hin. Ich hab da. Bei wem ist das denn bitte? Gehen wir bitte aus der Landebahn raus. Ach nee. Ach, Mama ist Detective. Ja, und Nico ist im Teamspeak, also von daher, was braucht ihr wer hier eigentlich die ganze Zeit im Kreisdruck herumliegen? Oh shit, da steht vielleicht wieder einer. Ja, vor allem. Ähm, nee. Nein. Wieso nicht? Ich will sie sogar freiwillig. Ja, das glaub ich dir. Ja, aber sie will sich nicht freiwillig. Nee, ich hab mir noch nichts gekauft, aber auf dieser Karte kann man sich so viele Dinge kaufen. Hallo Cravers. Ich geh jetzt dringend auf den Sack. Nein, geh weg von mir. Johanni, nein. Freddy, hier liegt ein Tod. Das wär schön. Hilfe. Hä? Ist jetzt Johanni? Nein. Er schießt ja in die Luft. Ach so, er schießt ja in die Luft. Äh, nee, ist tot. Das will irgendwas geben, was ich hier... Weiß schon. Oh, da liegt... Da liegt's hier. Ey, werf keine Granaten, witz. Mach keinen Scheißgebürs. Ich mach doch nichts. Ich hätt dich schon immer umbringen können. Nein, ich weiß. Das war ja nicht. Ich sag, das dauerte zwei Stunden, das... Ich geh mir eine Golden Dier und ich werd deinen... Ja, aber ich bin gerade da an der Position. Also, ich hab die Leiche liegen sehen. Du musst alle trainieren und ich bin dein Golden Dier. Du kriegst eine Golden Dier, wenn du mir einen guten Verdacht gibst. Guten Verdacht, okay. Exes, Exes. Ich laufe die ganze Zeit im Detektiv-Hinter. Wo ist hier? Sie haben sogar nur Fäuste in der Hand. Sie ist nicht rechtfertigt. Das ist ein Zeichen. Aha, was bist du für ein Kannibal? Du hast Fäuste in der Hand. Ja. Hm? Damit was... Zum snacken hast du zwischendurch, oder was? Ach, Andi? Oh, wo ist Wanwa jetzt hin? Wanwa hat sich weggetelep... Was? Hey, wo ist Wanwa hin? Ich hab nicht die Teleport geahnt. Hey, wo bist du jetzt hin? Ich bin hier. Also, ich seh'n. Du bist über... Du bist über dem Platikopi verschwunden. Oh. Okay. Ich hab' ich geschossen. Okay, dann bring' ich hin. What the hell? Ich laufe ja nur die ganze Zeit hinter dir. Er schießt nach oben. Was ist hier los? Ich denk' irgendwie Andi. Ich bin mir nicht sicher, warum aber Andi. Ist ja nicht so, als würde ich sein Treffen. Ja. Das macht er halt. Ja, das macht er halt. Ich denke, du willst in Headshot gehen, weil du so wirklich genau auf den Kopf ziehst. Ja, genau. Ich würde das machen, während Goom hier ist. War's doch eben. Ja, ich war Goom nicht bei Hitgeher. Ja, war die ganze Zeit hier, Alter. Kriegst du nichts mehr mit? Ja, jetzt mittlerweile schon, aber eben nicht. Ah, Wanwa. Äh, ich hab' Leute, wieso, was wollt ihr denn alle von mir? Hab' ich irgendwie... Andi läuft mir nach. Gold am Hintern. Oh, hat Gold am Hintern? Oh. Hm, gutes Arschbackengold. Wo ist Wanwa? Das ist denn los? Ich tue schon nichts. Wann war es Dieter? Die Polonese, die Karawane zieht weiter. Der Dieter läuft vor. 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 Ja, aber ich bin Hitler. Weißt du, ich darf das? Gleich schießt. Andi und ich fall hinter die Umwand, weil du merkst das nicht. Kann ich aussehen Jude? Ja. Schlaue Augen. Ja. Ja. BAMEXE! Alter! BAMEXE! Leute, was ist denn da drin? Also, warte mal. Ich hab' äh... Grievous getötet. Der hat nämlich... Was hat der gemacht? Gumm getötet. Der hat Gumm getötet. Wo ist denn der? Der Oster! Leute, den Deadwinger! Ernsthaft! Als wenn. Hä, hat der jetzt einen Deadwinger? Warte, der ist... Hä, ich hab... Ist denn tot? Warte, was steht das? Jetzt? Also, ganz ehrlich? Hä, die Headshot, what? Du hast ihn nicht gekillt, Johanny. Ich hab ihn... Ja, warte, du hast ihn nicht gekillt. 100 pro nicht. Du hast Gumm gekillt und Grievous hat Gumm gekillt. Ich hab' Telefon! Hä? Du hat Grievous gekillt und du hast Gumm gekillt. So ist es. Ich hab' Andi zwar jetzt gekillt, aber ich... Hä, wieso gekillt? Es muss Johanny sein. Ich glaub' es war nämlich so, dass du gekillt hast, der Grievous gekillt hat. Echse? Echse? Du kriegst, ähm, die goldene Diegel jetzt. Warte mal. Fake-Leiche? Vielleicht Snae? Echse? Ja, gib mir die goldene Diegel. Wo bist du? Ja, wo bist du? Hat irgendein... Krieg ich die goldene Diegel? Liegt irgendwo... Ey! Johanni ist es, Johanni! Ach, das war so klar. Hä, was hab ich denn jetzt in der Hand? Ach, was? Alter, jetzt werde ich ja auf Steam auch angeschrieben. Ja. Gib die goldene Diegel! Gib die goldene Diegel! Scheiße! Da hat einer auf mich geschossen. Alter, was ist mit meiner Waffe los? Seht ihr das? Was ist mit deinem Aim los? Ja, das ist ja nix besonderes. Was ist mit dir los? Ja, das frag ich mich auch. Wo bist du? Hä? Das geht nicht? Auch weil das Ding leer ist. Anni voll, also... Ach, ich bin voll leer. Du voll? Hey, wo bist du? Wann war dein... Oh, Axe ist tot. Oh, Andy ist tot. Oder wer wird schon confirmed. Ohhhh. Ohhhh. Hä? Du bist jetzt bei Axe in der Nähe? Ja. Nein, fick dich! Wenn mir das ist. Ich erlaube keine Beleidigung gegenüber den Dete. Ist das Ding jetzt vorbei? Ich hab so'n Ding noch nie benutzt. Jetzt! Meine Schutze! Ja, wann war... Alter, ich hab die Mester weggewornt. Ja! Ich hab's erst gecheckt, als ich Andi einen Headshot gegeben hab. Ich hab's erst gecheckt, als ich Andi einen Headshot gegeben hab. Ja. So ging es mir bei dir auch. Nein! Ja, boah. Ich hätte jetzt schon... Ich hab's vermutlich... Axe! Axe! Er hat gleich danach mit Jihad gezündet. Ja, es war offensichtlich, dass es ein Trailer war. Und von mir hat die Jihad übeld versaut. Ah, weiss! Ich hab die Jihad... Ich hab's nicht so... Ich hab's nicht so... Ich hab's nicht so nebenbei mitbekommen, aber hab gar nicht realisiert, dass es eine Jihad war. Ja, ich darf mir einfach so stirbt. Weil ich durch eine Jihad... Und dann... Nee, ich hab mir einen Flopper gekauft. Vor Axes Augen. Hab den getrunken. Der schaut mich an. Hä? Diskutiert weiter. Ohne Scheiße. Ich hab gar nicht... Ohne Scheiße. Ich hab gar nicht... Ohne Scheiße. Fail des Tages. Das ist echt Fail. Das ist echt Fail. Oh Scheiße. Oh Mann ey, das muss man auch erstmal hinkriegen. Hey komm zurück! Ich frag mich nicht, dass ich das gerade hinbekommen hab. Was? Du bist hin? Was? Das muss man auch erstmal hinkriegen. Okay. Hexe, dafür bekommst du jetzt einen Diegel, wenn du mich findest. Ich hab aber schon einen Diegel. Ich weiß nicht wo die liegen. Hä? Mein Shetty 3000 bist du. Na ganz kurz auf K. Oha. Hey Wannva, was machen sie hier? Ich suche nach Waffen. Du weißt hier nicht wo die Waffen liegen? Ja doch, aber... Wir wurden die Waffen weggeschnappt. Hey! Hey, das ist mein Glühlenruher. Da ist doch gar nix Wannva. Ja ja, ich ich ja. Ja ne, stech dich ab. Komm her. Moment, eine Sekunde nur gedacht, da kann man runter. Ich schüsse dich gleich ab. Du denkst jetzt auch Wannva? Ja, das war auch Wannva. Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Nein, das ist Schotze. Ich hab ne Diegel. Wow. Was macht ihr hier? Nix. Wir rasieren uns, siehst du nicht unser Rasiermesser hier? Weißt du was, hier war auch ne Schotze. Intim. Oh, das ist Echse. Echse schießt! Hä? Wer schießt? Du bist ein Holzkopf. Ohne Scheiße. Der hat echt auf mich geschossen. Schau mich an. Der hat den One-Shot gekillt. Hä? Der hat den One-Shot gekriegt. Achso, dann war's ich gar nicht. Ach, Herr Goom ist ja AFK. Stimmt. Hä, wer denn getötet? Fuck! Der da! Der Echse ist... Echse, du bist ein Holzkopf. Hä? Ich dachte, der Echse wäre tot? Der ist er. Ich nehme mal aus dem Jenseits. Ich habe keinen einzigen Schuss abgegeben. Wow! Nee! Hey! Lauf! 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 Äh, übrigens, falls ihr Goom sucht, der ist AFK im Luftschirm. Wow! Ne? Damit ihr es wisst. Ja. Hält mich! So. Hallo! Hi! Ah, ich lebe noch. Wow! Ja, ich wusste, wo du warst. Aber ich habe dich mal ehrenhalber nicht abgeschossen. Ja. Nein! Boah! Erlebt ihn alles noch? Snee. Snee und ich. Nein! Dann killt euch mal. Er ist traitor. Steht das schon irgendwie fest? Mhm. Aber da ich innocent bin, töt ich Snee. Oh, Gott! Oh, bist du nicht töten, also echt, ja? Ja. Äh. Wahrscheinlich. So, mach denn den Asken, naja. Hast du ein Radar? Radar? Warte, warte. Ah, Snee und Exe sind es, okay. Ja, ja. Ich wurde wiederbelebt. Ist doch klar. Da, Exe! In der Richtung hier, wo bist du? Fuck! Hä? Es gibt echt den Deadwinger, die da. Ich bin... Äh, links, links, links. Äh. Wo stell denn hin? Alter! Als wenn's denn... Als wenn's denn... Als wenn's denn... Aber Johan! Ich sehe einfach random an, ohne dass ich was gemacht habe. Ne, ohne Scheiß. Du hast doch nicht geschossen. Ihr habt Schaden bekommen. Ich hab ne Diegel gehabt. Ich hab keine andere Waffe gehabt. Ich weiß nicht, womit geschossen worden, aber ich hab nicht geschossen. Wo Schrotze? Ich hatte die ganze Zeit ne Diegel in der Hand. Mit der Schrotze konnte ich's nicht gewesen sein. Ich wurde nicht von der Schrotze abgeschossen, ich hab keine Ahnung. Ich hab auf wen... Doch! Ja, aber mein Versteck war super gut. Jaja, der Luft und Schacht. Dann hat Andy wahrscheinlich geschossen. Ja... Meine Schrotze! Meine! Du Ratte! Meine Schrotze! Aber guck mal, Johan, die... Erst mal gucken, was ich für ne Waffe in der Hand hab. Ich war's wirklich nicht. Da gibt er mir erst mal 50 Damage mit. Ach geil! Ja, super cool. Dann überlebt Andy meinen Headshot. Da freu ich mich auch immer. Ich mein, Exe war Traitor, ich hab ihn getötet. Läuft. Ich stand die ganze Zeit unsichtbar neben euch. Jetzt hat keiner von euch meinen Namen gesehen. Das ist auch genial. Hm. Hm. Aber interessant, wenn der Bedringer eine Zeit lang nicht funktioniert hatte. Ja. Und dann den benutzt, ne? Da checkt man dann. Ich möchte jetzt mal alle, dass ihr euch beim Pokertisch versammelt, bitte. Wollen wir Poker spielen? Äh, Junge. Bei welchem? Bei der Bar. Bei der Bar. Bei dem jetzt richtig mehr Großen. Ich geh einfach mit Gumen. Dann will ich einen von euch aus und, äh, der ist lustig. Aber... So, ich bin da. So, bitte. Ja, weiß ich. Am besten, am besten. Und da? Warte mal. Ich komm hier drüber. Warte, ich komm auch. Setz euch bitte auf die Stühle. Wo ist der Pokertisch? Ich bin neben dir gut. Warte. Ich spring runter. Ich muss mir natürlich erstmal alles... Hallo Ratspern! Oh oh, der Schia ist lecker. Wer möchte, wer möchte. Eine Waffe in die Hand nehmen, oder? Wow! Johanni schießt! Der würde teleportieren! Oh, lol. Achso, er hat teleportiert. Grievous darf jetzt.. Einen aussuchen und ihn töten. So, ich hole jetzt ein Getränk noch... Was denn glücklich sein? Andi, jetzt sehen ja alle so, Gott. Wo ist Grievous? 3 3 3 1 3 ok 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 dann ist es grievous das habe ich nie gesagt er durfte einen töten vielleicht Johanni lebt nur noch oder nein da ist noch ein komm her komm her ich habe noch ihn gedrückt hm noch immer jetzt traitor ist fand es mir der teleport ganz ziemlich lustig ja das war so angenehm war angenehm das will er dir bei nur der und die 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 Ich hab den Deadwinger einmal durch diesen ganzen Zimmer da durchgerannt und wärs dann von hinten gekommen, er hätt's gut von hinten erledigt. Ach guck mal, es war sogar schlechter. Ich feier es, dass das Ding wieder vom Tür ist. Wann war, du hast halt den Vorteil, du kannst den automatisch direkt wegwerfen. Ja, wobei bei mir ging's auch vorher oft. Wann war? Ja. Meine Schrotze. Hier auf der Map geht's zum Beispiel nicht. Doch. Nein. Ich hab einen Besitzanspruch da drauf. Ja, ich hab ihn mit nem Handtuch morgens um 5 genommen. Bitte was? Was? Wie auf Mallorca. Was hast du genommen? Den Besitzanspruch. Ganz viele Sachen. Das ist seine eigenen Drogen anscheinend. Ja. Die sind auch immer ein bisschen verschmutzt. Es ist preparing, Junge. Ja, ich weiß. Er hat sie trotzdem. Ich bin Dete. Hallo Dete. Jetzt machen die Dauer Dete. Oh. Wandi, bleib stehen. Bleib stehen. Du kriegst was. Hast du grad geshoppt? Äh. Wo ist? Was? Ich glaub, Schnee. Ich bin gegen die Wand gelaufen. Wo ist die Wand gelaufen? Er ist gegen die Wand gelaufen. Ja, Schnee ist auch gegen die Wand gelaufen. Ja, Schnee ist auch gegen die Wand gelaufen. Das hab ich ja gesehen. Aber er hat seinen Kopf zurück. Jetzt shoppst du, oder? Ach, Wann war. Wann war. Wann war. Wann war. Wann war. Wann war. Ich hab ein bisschen Auer. Ich denk, Snae ist aktuell Dauer Traitor. Wann ja nicht dreimal in Folge Traitor jetzt? Nein. Vielleicht bin ich das vierte Mal. Wer weiß, das tut. Wer weiß. Ah. Dürfen wir Snae töten? Ja, töte ihn. Oh, mehr Nex. Jetzt war nicht Snae. Es ist mehr Nex. Nein, Nexel, Nexel. 100% Nexel. Warte. Okay, hallo. Was ist das für ein Kack, wenn du schon ganz schnell? Oh, ihr Zuck. Meine Fresse. Ah, ich mag dich gut. Das ist nicht normal. Nein. Ah, ich muss sagen. Ich sagte, Gott gleich ist es eben, wirst du? Du bist gleich Rage-Train. Ähm. Okay, ähm. Der Junge im Vorbeilauf von Instant Azure. Das ist es. Ähm. Oh. Oh. Hm. Können wir uns denn helfen? Mit nem Defi. Ja. Was? Grundheit. Mit nem Defi wäre sinnvoll. Aaaaach. Ah, ne, ne. Warte. Spiel mir das mal aus. Oh the fuck, alter. Zoom. Oh nein. Zeh nicht. Alles ist so rot. Komm. Das Spiel kann dir kaputt machen. Nein. Ey, Snail, du bist mir aber mitten fünfmal in den Weg gelaufen, als ich auf Boom geschossen hab. Weißt du was? Was? Deswegen konnte ich Goomo die ganze Zeit nicht treffen. Wenn ich aufpassen musste, dass Snail auch nicht zu treffen. Ja. Weil der wieder die halbe Zeit im Weg gelaufen ist. Was? Disconnect bei den Reuser. Ja, ich geh den auch mal, ja. Wir haben 20 Minuten jetzt. Wollt'n ich liegt lassen, mal kommen? Ja, der ist ja schon da. Aber gemutet. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Ach, ist die Map jetzt schon wieder vorbei? Ja. Wann war du gerade? Ja. Gastin. Handtuch. Habe ich auch gerade um meine Schulter. Du? Ja, was anderes nicht, ne? Nee, eigentlich nicht. Oh, nee. Also, du bist doch vollkommen nackt. Das will keine Ahnung. Nein, ich habe meine Badeuße an. Ah. Wahnsinn, guck mal, das war meine Idee. Hast du deine Badeuße an? Nee, irgendwie nicht. Nimm sie wieder her. Nee. Hast du deine Badeuße an, wie ich meine Buchse auf den Kopf habe? Ey. Nee, warte. Nee, warte. Ja, warte. Okay. Guck, geh halt weg. Alter, Goof schiebst aber auch direkt. Fass aber auf. Auf Kopfhöhe ist das. Er hat Grievous ge... Er hat... Hä, was ist denn? Okay, warte. Er hat jetzt Grievous gekillt. Nein. Niklas spielt Gary's Mod. Er war inno und killt Grievous. Das sieht man recht schon, dass er Grievous gekillt hat. Oh. Er war Traitor. Ja, toll. Er gibt Grievous auch random Headshot. Und ich ging direkt. Das war nur Reflex, dass ich, äh... Komm mal, bitte den... Ich bin, äh, Traitor. Ja, ich, ich call Date. Warte mal. Wenn da noch Punkte drin sind, bin ich, äh... Bin ich... Proof. Wo war ich? Schnee. Warte mal. Wenn du da noch Punkte drin findest, irgendwie bist du, wenn er jetzt richtig schnell ausgegeben hat. Warte mal. Ja, 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 ja. Ich weiß. Ja, hab ich. Okay, Access. Okay, Snail oder Andy. Okay, wo ist Snail? Puh, was soll ich denn kaufen? Ah, da ist er Snail! Da ist er Andy! Da ist er Andy! Fuck! Wo ist denn das? Warte mal. Hast du ein Radar? Äh, ja, kann ich kaufen. Ich muss nicht gehalten werden, ich hab keinen Schaden bekommen. Ja, ich weiß, ich hab Vorsichtshalber. Ja, okay, äh, wer auch immer von den beiden ist, ist... ... ist... ... ist... ... ist... ... ist... Ja, hier, ähm... Wann war? Folgst du mir? Na, 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 na. Äh, Snail ist. Äh, hat sie jetzt. Prop this game. Fuck? Wir brauchen ja erstmal den besten Schützen. Ich dachte, ey, wär der jetzt einer der Stühle hier gewesen? Wo bist du denn? So, Goom ist natürlich auch proven... Äh, Dings da. Ah, gut. Ah, Grievous. Ach, du hast ne gute Waffe, King. Nein, der Wichser. Aber du hast auch so random umgeschossen. Deswegen hab ich drauf gemacht, bis sie... Er wollte sein... Also ich... Er greift gerade mal das Wort auf, wo ich tot bin. Ja. Oder wie der belegt wurde. Er wollte seine Deagle... In welcher Form hat er nicht gesagt? Ach, halt der Maul. Hast du im Radar jetzt? Wann war? Ja. Äh, sieht aus wie beim Eingang. Also hier... Hier hat er Hande gekriegt. Er hat das mit Deagle erschlagen können, das wär legitim. So nicht. So nicht. Ne, so nicht. Pass auf, er kann Props sein. Könnt ich da bitte töten Goom zuletzt? Er kann auch nicht sein. Er kann... auch hinter dir sein. Ne, sieht aus als wär der da irgendwo. Ei, glaub ich nicht. Also irgendwo hier unten da... Ei, glaub ich nicht. Ich kann's nicht genau beschreiben. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal. Warte mal. Du bist jetzt hin, Alter. Ist der da? Oder belebe mich irgendwas. Ja, was soll denn der sein? Ich dachte der wär hier. Ja, es kann hier, kann er doch nicht sein. So einen großen Prop gibt's ja auch hier nicht. Was weiß ich. Auch auf der einen Map kannst du... Ja, aber ist... Vielleicht bin ich halt der euch. Vielleicht ist der auch den Namen meiner Meinung nach. Oh ja. Und der hat sich immer jetzt einen geholt. Ja. Na toll, jetzt find ich dich, ne? Wo ich ganz Punkt aussehen mag. Oh. Ah. Warte mal, warte mal. Das heißt, dass der beim Tresor ist. Hm? Ah! Der war hier. Der kommt da raus. Oh meine Güte. Du hast dich echt gerade verraten. Weißt du das? Das war dumm. Und das voll im Ende. Jo. Tschüss. Tschüss.